Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Runde von Zuban3. Heute kämpfen Spreit Hendo und Juno gegen Golden Potato und Golden Potato. Hallo! Chef wusste! Oh man, ein Zinnrex, der ist nicht da. Ich bin ein Zinnrex, ich bin eine neue Zinnrex. Also ich hab gehört, ich krieg Game Mode. Ich bin eine neue Zinnrex. Jaja, du kriegst Game Mode, du kriegst vielleicht Game Mode, aber naja. Ihr dürft jetzt an die Kisten gehen und eure Sachen rausnehmen. Denn, also, okay, die meisten hier waren noch gar nicht bei Zuban dabei, also zumindest die Hälfte. Aber es gibt jetzt neue Sachen, zum Beispiel Feuerkugeln und Spinnenweben. Und das Zinnrex. Wir mussten gerade für die Aufnahme starten, aber du bist noch pünktlich. Genau. Und der ist nur noch gemutet. Arrogant. Jo. Na dann. Ich, ich, ich find... Was, Dominik, hau mich gleich wieder. Aber ich fang schon mal an, euch zu teleportieren. Okay. Ja, Dominik ist der Erste, nämlich... Einfach TP-All, wir teilen uns auf, würde ich sagen. Ja, ich kann mich auch kurz in eure Boxen teleportieren. Oder so. Jo. Irgendwie haben wir jetzt halt, ne? Ich muss schon sagen, ich bin aufgeregt. So. Ich auch, Marcel. Keine Sorge, wir werden verkacken. Ja. 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 Ja, dann... Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Was? Ich seh euch beide gar nicht bei mir. Also ich bin... Ich bin... Ich seh nur Lilly nicht. Ich seh dich und ich seh... Ich seh euch beide jetzt. Ich seh euch beide jetzt. Hä? So. Puh. Ah, jetzt. Okay. Wie läuft das hier mit dem... Mit dem Zaun? Können wir da einfach gleich rüber? Oder raus? Ich glaub der wird weg... Der wird weggemacht. Der wird weggemacht. Okay. Also, ja. Etzrex, klopft den Server, weil wir... Im Spielaufnahme, wie gesagt, gestartet. Weil wir es jetzt schon machen mussten. Auch wenn mir gerade auffällt, dass wir im TS noch gar nicht im Aufnahmeraum sind. Soll ich uns kurz probieren? Ja. Okay. Oh, jetzt werden alle gezogen. Es war wundersch... Ja, ich muss sagen, wir haben so... Ja, Kompetenz. Genau, Kompetenz haben wir hier. Kompetenz. Tun wir zu, Domse. Dominik, alles gut? Kompetenz. 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 Was? Weil wir halt... mit der Aufnahm starten mussten, weil er wieder... irgendwo hin muss, er ist halt abgehoben. Kompetenz. Hallo? Es hieß um 14 Uhr 30 geht's los! Soll ich dir sagen wie spät es ist? Ich weiß, dass ihr keine Uhren habt, es ist 14.02.40, ja? Ich hab auch eine Uhren. Also, das ist hallo. Ja, der Einz, das wir erwarten, ist noch Zürich. Wie war das jetzt mit den Regeln? Können wir die jetzt mal einführen? Ja, da kocht ich selber langsam. Okay. Ich komme, ja. Ich nehm feiner schon den Zorn, aber wir gehen da lang. Ja, wir gehen da lang. Ach, es geht schon los. Wir haben dann zwei Pferde, die nehmen wir uns und dann... Ihr dürft noch nicht loslaufen. Achso. Das rennt einfach schon los. Ja, wir holen doch schon mal Kram, ne? Ich warte da. Ja, warum nicht? Dominik, er ist weg. Hallo. Hallo. Sneaky! Hallo? Sneaky! Okay, ja, uns gibt die Segel. Mein, mein, mein. Eben, zumindest noch die 30 Sekunden, oder was haben wir euch jetzt loslaufen lassen? Ja, dann geben wir noch ein paar Sekunden. Okay. Dann, will ich sagen... Wie ist das mit den Regeln? Ihr wolltet noch was zu den Regeln sagen? Äh, Wartex? Seit wann starten wir hier? Ich hoffe, Huzuni ist okay? Wartex? Was? Seit wann starten wir hier oder seid ihr schon in der Aufnahme? Wir sind schon in der Aufnahme. Wir sind schon in der Aufnahme. Okay. Wir sind schon in der Aufnahme. Wir sind schon in der Aufnahme. Okay. Wir sind schon in der Aufnahme. Wir sind schon in der Aufnahme. Okay. Wir sind schon in der Aufnahme. Okay. Oh, sorry. Also ja, zur Regeln wollte ich nur noch sagen, ähm, ja, das hab ich eigentlich gemacht mit den Items. Und ihr seid jetzt alle bereit, ne? Ich hab mich schon gewandischt. Okay. Machst du Stoppuhr 30 Sekunden, oder? Ja, dann, ich kann losgehen. Also ihr dürft jetzt loslaufen. Ja, okay. Dann mal auf. Was? Wir dürfen los. Ja, wir dürfen los. Okay, okay, okay. Ja, gut. Daumenig rein. Marcel, ähm, wir sollten uns irgendwie gleich so treffen oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Ach, du bist da drin, okay. Ja, ja, ihr könnt euch gerne mit dem Mögen treffen. Ich hör mich nichts gegen. Na, ja. Okay. Okay, hier oben ist nichts. Scheiße, Mann. Ich hab jetzt schon Hunger. Warte, lass noch mal kurz. Ich esse noch mal was. Oh, die Kuchen sind weg, ihr Schweine. Das ist nicht Bluch. Ach, Kuchen hast du noch gegessen, okay. Also Essen hab ich genug. Okay. Okay, die Schutzzeit ist zu Ende. Okay, jetzt geht's los. Okay, jetzt geht los. Oh shit. Ich hab überhaupt nichts. Ich bin aufgeregt. Hier ist eine. Guck mal, hier links geht da noch gar nicht. Guck mal, ich glaub, die sneaken sich grad oder so. Ich seh die nicht. Ich hab ordentlich Essen. Das ist gut, wenn wir so reden, ne? Das ist total voll. Ja, ja. Die Frage, ich frag mich nur, wo ihr seid. Das ist halt so scheiße. Weil irgendwie Dawn zu zweit spielt und es ist halt total gewohnt, dass man die ganze Zeit zusammen redet, wenn man zusammen kämpft. Ja, das ist. Komm, wir stechen jetzt von hinten an die an. Siehst du die da hinten? Ja. Okay, gut. Wir verstecken uns da mal, würd ich sagen. Das ist nicht normal. Die waren doch. Da, 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 da. Da, 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 da. Da sind wir nicht. Tut mir leid, wir sind Faker. Wir sind Faker, hallo. Faker, hallo. Aua. Hab einer getroffen. Okay, gut, rauf, rauf. Wir haben ein Lebenportal. Ja, voll, ne? Er bricht sich abverteilt. Scheiße. Ich glaub, wir werden eh verhacken. Das ist immer das, was ich mir sage, damit ich uns aufgeklicken. Er geht einfach an die Kiste. Oh, sorry. Oh, fuck. Denk dir richtig gut an. Das fängt awesome an, ey. Das fängt wie einfach alles. Ich hab beide getroffen. Scheiße. Ich hab beide einmal getroffen. Das war das Skillfeuer des Todes. Ich hab mal ein Wort hier für die neuen. Oh nein, tausend, Alter. Hab, hab einen getroffen. Okay, Feuer kann man schon aber echt nicht wegmachen. Yo. Scheiße. Nee, geht nicht. Feuer kann man nicht wegmachen, okay? Ah, fuck. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Yo, yo. Ach, Quatsch. Gib bloß nicht ins Haus, das ist blöd. Oh, fuck. Au. Yo, wir schießen mal selber ab, okay. Ja, also wenn wir beide, wir töten uns einfach gegenseitig, das passt schon. Okay. Ich hab keine Falle mehr. Wir wollen halt, wir wollen das ein wenig vereinfachen, ne? Marcel, du... Das ist ein Erklaasenfest, schwer für euch. Okay, lass los. Sag mal, bist du gescheuert? Nee. So, die eine hat... Ich bin getroffen. Oder der eine hat grad fett kassiert. Dominik, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja, ich geh weg. Scheiße. Fuck. Lol. Nein. Lol, ich kann nicht laufen. Ich kann nicht sprinten. Oh, krass. Äh, Moment, wir sollten doch was anderes schreiben, oder? Ah ja, stimmt. Wir haben abgesprochen, dass wir, wenn wir sie töten, easy schreiben. Also, aber... Okay, meine Sprint-Taste ging nicht. Aber... Gut. Oh. Okay. Ja, wir kaputieren euch dann wieder und richten dir alles hin. Am besten macht ihr dann einen kleinen Cut und bis zum nächsten Mal. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Es steht ja 1 zu 0, ne? Genau. Okay, gut. Egal. Also, sind alle bereit? Jo. Gut, dann mach ich die Kuchen weg. Und dann... Zähl ich runter. 3, 2, 1... Ja, und das sind wir in der zweiten Runde. Es steht immer noch 1 zu 0 für... Bleib doch mal stehen. Es geht gar nicht los. Oh, es geht schon los. Es geht noch nicht los. Es geht noch nicht los. Und ja, also die Sachen und so müssen alles für 3 Runden reichen. Beziehungsweise auch die Kisten, die jetzt leer sind, werden auch nicht mehr refilled. So, ja dann würde ich sagen, geht die Schutzzeit jetzt los. Okay. Das bin... Oh Gott. Ich bin... Da sind sie. Siehst du sie? Ach, sind wir nicht. Ja, ich seh sie schon. Aber wir haben noch schon was leider... Sind sie nicht wieder übersehen? Warte ich schon mal kurz hier nach. Noch 15 Sekunden. Jo. Okay. Das ist gut. Ne, ich würd sagen 150. Ja, ja klar, noch 2 Stunden. Dominik komm raus, komm raus. Ja, chill mal. Basics hier, ja. Ich bin recht und seit es jetzt zu Ende. Deine Basis. Okay, es geht los. Alter. Okay. Ich chill nichts. Ich bin voll aufgeregt, man. Wir hätten eben nicht sterben müssen. Wir hätten gewinnen können. Ja, wenn du rennen könntest. Ja. Das Problem ist, die beiden sind einfach so voller Fahnen bei sowas. Und wir sind halt einfach mal so aufgelegt. Das ist das Problem bei uns. Ja Dom, weißt du, was die Sache ist? Ja, was? Die liebe Lisa, ne? Die liebe Lisa. Wer ist die liebe Lisa? Die liebe Lisa, die du schon so lange kennst. Achso, die liebe Lisa, ja. Die liebe Lisa, ja. Die liebe Lisa. Erzähl. Die hat mich so wenig aufgeklärt vor langer Zeit schon. Ey, was hat die? Über dich. Okay. Sehr schön. Meinst du jetzt die Geschlechtsrangheiten? Ja, die hab ich dank dem jetzt auch. Achso. Okay. Wie sie alle sneaken? Äh, sneakt doch gar keiner. Du weißt, dass die gleich da um die Ecke kommen wahrscheinlich, ne? Du weißt, dass die gleich hinter ihr sind, ne? Wir sind schon hinter euch. Wir sind eigentlich gewenischt. Alter. Wir sind gewenischt auf jeden Fall. Okay, wir machen das so. Was ist die Sache? Wir zünden den Baum an und rennen weg. Gute Idee. Äh, nee, nee, hallo, Greenpeace. Die haben da mit zu reden. Ich, ich mein, die, 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 die wollen das nicht. Oh, Entschuldigung. Was ist der Plan jetzt? Der Plan? Wir rennen weiter so im Kreis und hoffen, dass die verhungern. Das ist so gut, Hobi. Pass auf, ich weiß, was wir machen. Folge mir, okay? Ich folge dir. Warte, 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 lauf nicht so. Aha. Was, lauf nicht so? Red weiter, mein Kind. Red weiter. Red weiter, mein Kind. Ich bin dafür. Dich fick ich auch noch. Scheiße, hier ist nirgendwo ne Tür. Da sind sie, ne? Hinter dir. Wuuuh. Dominik. Marcel, warum rennst du da lang? Einfach spontan überraschend, ne? Geiler. Scheiße, ey. Marcel, bleib. Komm jetzt, wir rennen erstmal ein bisschen weg, damit wir recken. Jo, genau. Das finde ich auer. Sag doch extra laut, damit die das hören. Okay, scheiße, ich fände getrennte Aufnahmechannel irgendwie cooler. Ja, dann könnte man sich um besser los. Okay, Dominik, sie sind, warte, rechts. Die sind da, ja, die kommen von... Warte, halt mal Ausschau, halt mal Ausschau. Ja. Ich hab Pfeile, ich hab Pfeile. Das was essen. Da waren Pfeile in der Kiste. Das ist nämlich ganz gut. Ihr Wichser. Marcel, ganz ehrlich, das bringt doch alles nix hier. Ja, es hat mich gefreut in diesem Projekt zu sein. Wie viele Pfeiler hast du? Neun. Gib mir mal die Hälfte. Danke. Ich hab dir sogar über die Hälfte gekriegt. Die kommen, die kommen, die kommen. Jo, 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 ich seh, ich seh. Hab keinen getroffen. Warte, warte, warte. Hab sie getroffen, hab ihn getroffen. Okay, nice. Obwohl, die haben beide Titten. Hab nochmal getroffen. Jetzt ehrlich. So, eben hatte ich schon so'n kleinen Leck. Das fängt grad wieder gut an mit meinem Internet. Ja, fängt gut an. Hab ihn getroffen, okay. Lass auf den. Jo, lass rauf, 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 rauf. Oh, fuck. Der geht nur auf mich, der geht nur auf mich. Die Juno-Ding-Klitz. Ich bin tot. Jo. Du schaffst es, du schaffst es. Ich schaff das, ich schaff das. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Nein! Nice God! Okay. Scheiße. Ich hab ziemlich alles im Herzen. Oh, ein Hit. Beide, ein Hit nur. Ja. Ja. Da wird knapp. Stets 2 zu 0. Gut gekämpft auf jeden Fall. Juno. Und ihr seid weiter. Hey! Hey, Kuro! Und einen kleinen Tipp dafür. Ach so, das war Best of 3, ne? Best of 3, aber 2-0 ist das schon die Entscheidung. Ja, ja. Das wollte ich nur wissen gerade. Genau. Und, ey, Marcel gerade als Tipp. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn du gerade auf einen der beiden fixiert, weil du immer wieder einmal Juno bist. Hab ich doch, oder? Hab ich? Oh. Ja, nee. Nee, das... Also, der Satz nimmt es bei mir so aus. Ich bin nicht ganz durchgestiegen wegen Shader. Die haben eh nicht so gut gelesen. Aber Satz nimmt es so aus, wenn es geht, ja? Ja, das ist wahr. Ah, fuck. Guck mal, ein Penis. Ein Pegaminis. Guck mal, da kam was raus. So, das ist sogar so ein Feuer-Penis. Warte. Ach, auf Wunderschön. Warte mal. Ja, gut. Nochmal. Okay. Dann, ähm, sieht man sich sozusagen in der... Also, das war jetzt so, wir sind weiter und die anderen beiden sind wegen Hex raus. Ja. Ja. Jein. Ja, also, ich... Ich dachte... Moment, aber Husunni war erlaubt, oder? Hat mir doch eigentlich gesagt, oder? Ja. Kannst du mich teleportieren? Dominik ist ein Arsch. Guck mal, die... Deswegen hättest du rausholen müssen, hättest du es geschafft. Mann, ey. Warum geht das jetzt? Das ist so scheiße, ey. Eigentlich hätte ich auch gereicht von dir. Ich hatte irgendwie noch die... Ich hatte nur die Hälfte Leben, als du mich dann angegriffen hast oder so, ne? Ja. Ohne Scheiß. Ja. LOL Es regnet einfach mal. Es regnet. Juno, stopp! Nö. Nein! Doch. Guck mal, jetzt kriege ich sie alle. Ich hatte irgendwie noch halber Leben oder so. Ach. Wenn das doch... Jetzt ist wieder schöne Sonne. Ah. Spick die Homo! Dann... Spick die Homo, nein! Würde ich sagen... Juno! Juno! Ja, leider. Wir sind ja relativ weit gekommen. Ja, aber ihr habt gut gecampt, auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall geil. Wir haben uns gegenseitig getötet. Ja. War eigentlich sehr nice. Vielleicht war es auch ein kleiner Vortuner für den Spreen und Juno, die ja schon mal dabei waren. Und äh... Unsere kleine Kartoffel leider nicht drauf vorbereitet war. Äh... Nö, in der ersten Runde war das definitiv so, dass ich, äh, weil ich nicht sprinten konnte. Ich weiß nicht, was das war. Da wurde ich irgendwie zurückgepackt, auf einmal hab ich die Sachen weggeworfen. Ich weiß nicht, wie ich im Inventar gelandet bin. Okay. Ja, hatte sich das relativ schnell erledigt. Jetzt habt euch mal lieb und hört auf. Esst einfach die Kuchen und werdet fett. Lol, dein Cape. Was zur Hölle? Hä? Dein Kopf war grad falsch rum? Du willst doch irgendwie zuhören, hat die Aufnahme ewig gelangen? Ja. Hinten. Das zeig ich dir gleich im Screenshot. Okay. Na gut. Dann... Außer ihr möchtet jetzt noch ein bisschen weiter Smalltalk machen. Ich würd gern ne Wiederholung der ersten Runde haben, weil ich festgepackt wurde und Domsel sein Internet weg war. Hä? Mein Internet war auch nicht. Ja, doch! Ich bin beerdigt worden. Ich bin beerdigt worden. Hilfe! Gut, dann sag ich mal ab für meine Leute Tüdelü. Macht's gut! Tschüss! Tschüss!